und dann dass wir noch mal so viel bronze kriegen ich gehe noch mal zurück wir haben zuckerbaum samen bekommen die nehmen wir natürlich mit dass wir etwas essen können sondern kann ich ja noch was ablegen sehr gut dann gehen wir jetzt rüber in die mine ich muss mir auch so so layout mal anschauen von verschiedenen farmen wir sind inspiration sammeln für mein eigenes layout ich bin immer sehr ich dekoriere immer nicht und machen wir alles nur zweckmäßig das mache ich in minecraft schon das geht mir in minecraft schon auf den sack einmal hier schon mal anfangen zu buddeln und mich nervt ein bisschen meine ausdauer die ist schon echt wenig als ich aufgehört habe war ich bei 673 oder so warum in so so kohlesäcken keine kohle drin ist weil brauchst du so viel kohle ja 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 sehr gut solche adern mag ich echt gerne ich kann jetzt nicht noch mal draufklicken das sieht so aus als wäre wird es doch mal gehen so als wäre noch ein loch nach unten ganz nett ob eine jude joden nehme ich auch immer gerne ist immer gut fürs museum aber jetzt heute die so viel kupfer geiler scheiß und wir doch die fünf etage schaffen heute okay die raupen sind so irgendwie wozu monster hier unten ich würde gern wissen wie das mit dem dem mit den löchern funktioniert ob einfach am anfang von jeder ebene so random ausgelost wird wie viele steine zu zerbrechen muss oder brandon der platz dafür ausgelost wird es hat mich bei style wenn ich schon interessiert ob es nach anzahl an steinen gehen die man hauen muss oder ob es wirklich der ort ist den du hinten musst ich finde beide versionen cool wobei natürlich ort weniger anzahl weniger frustrierend ist es wie ort wenn du sowieso 20 steine abbauen muss aber wenn du halt jetzt alles abbaust und der letzte stein da ist das ding drunter ist dann ärgerlich aber ich tendiere auf ort eine mysteriöse geode da ist dann bestimmt so was tolles drin wie schrott ich glaube das beim laden der ebene zufällig verteilt wird ja meine ich auch jay schrott ich liebe es wenn in so geioden oder schatztruhen weil mir so hochwertigen denn sowas drin ist also so würde ich es machen ja ich habe auch lange gar nicht daran gedacht dass man sie auch anzahl mäßig verteilen könnte aber ich meine auch dass das gängigste einfach zuteilung ist random wäre jetzt so eine frage die man an den developer stellen könnte einfach weil es mich interessiert da drüben ist ja noch ein schleimchen hallo schleimchen die schleimchen schauen so lieb aus ich will die mal gar nicht töten also wird es jetzt irgendwie nichts jetzt auch beides der fall immerhin kann man ja auch mehr als eine treppe finden ich glaube ich kann mir auch noch ein paar zuckerbäume craften sehr gut ja das sind es weiß ich bis heute noch nicht was man damit macht je mehr ich die sammle desto weniger weiß ich es steht es da auch nichts dabei monster beute super da drei konnte ich mir wieder kraften die hat immer einfach zucker gekauft kann man natürlich auch machen nicht haben wir mal zucker baumsamen oder halt was anderes aber aktuell haben wir halt noch nichts anderes dafür bräuchten wir eine küche aber die haben wir halt doch nicht dafür brauchen wir safe auch silberbarren ja sage mal ich habe jetzt aber auch kein glück hier dann könnte es sein dass man eine treppe fest beim laden verteilt und alle weiteren treppen nach wahrscheinlichkeit beim töt von maus die uns ein klopfen bekommt jetzt habe ich jetzt wirklich aber wow die zwei steine hätte ich noch gehabt zeige das ist immer ärgerlich jetzt sind wirklich einer der letzten steine ist haben wir dann noch was ja noch ein schlami aber keine ärzte bisschen sad dann fangen wir wie immer bei den steinchen am anfang an und arbeiten uns nach hinten die ausdauern wir eh nicht mehr das sieht eben wie schlecht für uns aus dass wir die zehn heute noch schaffen das war beim ersten mal auch leichter brauchen halt einfach auch ein bisschen mehr essen vielleicht kaufe ich mir wirklich auch zucker wirklich teures essen würde ich mir nicht kaufen dafür ist mir das geld zu schade ja damit okay aber ich glaube zucker ist nicht so teuer dann machen wir das auch so dann lernen wir was von andy ich hätte auch gerne meine teleportationen wieder ich hätte auch gerne meine teleportationen wieder wenn er noch so viel gibt wieder in der beta ist echt faire preis das weiß ich natürlich jetzt nicht wie viele in der beta gegeben hat ich habe euch nicht das war keine so kluge idee ich habe die nicht gegossen damit und ich kann nichts mehr herstellen also keinen aber ich kann blümchen essen ja guck mal dann mit der kraft der blümchen gießen wir jetzt doch mal wir doch einfach drei abgezogen wo die shit wüsste ich langsam müde ja ich weiß so sehr gut nachhaltig kann ja noch ein wüsste waren machen wenn sogar vier schon machen sehr gut dann jetzt ab ins bett keine ausdauer mehr steinschild kampf auch hochgestuft aber sonst nichts kampf auch hier ist eine stimme verstehst aber nicht was sie sagt jetzt kriegen wir unsere die gerne die suche dich auf meine stimme zu konzentrieren den schreien hinten gut jetzt hör genau zu die heiligen bäume bittes besuche einen von ihnen du findest sie auf der ganzen insel ja genau diener ist auch der erste der mir eingefallen ist und ganz links auf der map keine ahnung wo der ist nach unter dem labor okay und ganz rechts beim schmied okay die tafel um sie zu beschwören sie werden deine augen öffnen okay ist meine hoffnung diese insel insel zu heilen und jetzt wach auf die dann gehen wir jetzt gleich hin ich habe mir hoffentlich alles gemerkt so da kann ich ein paar neue sachen herstellen mein können hat sich auch ach guck mal da kann ich jetzt doppelt so viele erz ja wir nehmen doppelt das erz jetzt verständlich nehmen wir doppelt das erz abgeschlossen aber ich will noch nicht zur schule doch wir müssen jetzt aufstehen die zeit zack zack hopp hopp wir können nicht je weg hier rum paulenzen so der erste heilige baum verstehst nicht was dort steht aber ich berühre ihn das berühren der figuren ist verboten mit dem pfoten auch in die immer noch so komisch die tschuldigung schön dass es einfach fragezeichen steht muss jetzt die anderen bäume auch noch antatschen wahrscheinlich schon oder kann ich verstehen was dort steht einer war noch unten links am strand einer war dann noch beim schmied rechts und den letzten wieder vergessen ach wo biege ich denn ab ach beim labor oben das ist mir wieder eingefallen ich bin gerade übelst den umweg gelaufen aber übel ne quatsch da muss ich hin ich bin ja wirklich übelst den umweg gelaufen gerade oh guck mal wasabi wie dumm willst du laufen ja das ist schon fast ein bisschen weh mal warte ja genau hier hoch ne wollte ich nicht hier hoch bingchen die fliege meine fliege ja fliege können wir da noch abgeben so hallo baum ach so den muss ich jetzt auch gar nicht antatschen warum stehen da jetzt ein zeichen na gut hoppala kann ich jetzt da unten hin das ist immer noch closed ja ich müsste auch noch mal ins labor gehen da war ich nämlich noch gar nie 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 habe ich aktuelle leute auf dem web die ich noch nicht ja da oben habe ich endlich einen den ich noch nicht kenne sie erscheinen mir langsam hinter laja lea hallo antonio und jetzt wach auf wie und jetzt wach auf müsste den schnee schon warum soll ich denn jetzt noch mal aufwachen was haben wir denn hier die in zwei tagen die kann ich annehmen weil die ist nämlich morgen schon fertig die die blume ich wusste gar nicht dass da so ein baum steht irgendwie selten dass der so aussieht wie er aussieht weißt du eigentlich was die kleber da machen ja die kannst du ausgraben ich bin immer zu faul dazu okay da ist jetzt noch nicht wirklich irgendwas müssen wir auch noch einschalten die super chorale hier gebracht und sie zu studieren ja ich habe das erst gecheckt nachdem ich muss da die angezockt habe ja ich habe wusste sind auch nur was zu tun ist weil es sei die werde das gleiche hat ich bin einfach meistens zu faul dazu da irgendwas zu machen jetzt gehen wir noch hoch zum letzten wie gesagt ich weiß dich ach nee der war da drüben ne der war nicht hier der war da drüben kann ich glaube ob irgendwas gutes raus ja das kommt drauf an es kommen mal samen raus es kommt glaube ich mal so ein zuckerbaum ding raus da ist er okay was ist das denn ach guck mal da habe ich meine tulpe wieder ja samen sind jetzt nicht so ja heiß begehrt nein du bist viel ach ja stimmt ich muss meine fliege noch abgeben da war was die können wir natürlich im museum abgeben und dafür muss ich noch weiter runter eine pfingstlos ja das machen wir dann noch wir gehen jetzt dann erst mal wieder runter in die mine und buddeln uns da weiter gegenstand spenden fliege so wir haben ja noch ein paar blümchen die wir essen können ach nur quatsch ich wollte nach zucker suchen aber ich glaube wir haben sonntag hat sie noch offen der mittwochs zu oben oben ja dann schauen wir mal winkaufen du hast neue sachen rot ich nehme das mal so mit wir sind das